Die Minijob-Grenze steigt zum 1. Januar 2024 von 520 Euro auf 538 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenscheid24.de. Ich denke mal, viele Rentnerinnen und Rentner, die im Minijob arbeiten, werden sich über die kleine Lohnerhöhung zum 1. Januar 2024 freuen. Der steuerfreie Minijob steigt dann von 520 Euro auf 538 Euro. Ich bin ja hier schon auf der Internetseite der Minijob-Zentrale. Das heißt, hier ist es schon abgedruckt und zwar hängt ja die Minijob-Erhöhung von der Erhöhung des Mindestlohnes unmittelbar zusammen. Die Minijob-Grenze ist eine dynamisierte Grenze. Steigt der Mindestlohn, steigt auch die. Minijob- oder die Geringfügigkeitsgrenze. Zum 1. Januar 2024 steigt der Mindestlohn voraussichtlich auf 12,41 Euro pro Stunde. Vorher oder jetzt im Jahr 2023 sind es ja 12 Euro die Stunde. Allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist der Mindestlohn zu zahlen. Das gilt für den Hauptberuf als auch für die Geringfügigkeitsgrenze oder für den Minijob. Die Minijob-Grenze wird sich also voraussichtlich dann auf 538 Euro monatlich erhöhen. Voraussichtlich ist das wahrscheinlich schon nicht mehr. Das dürfte schon feststehen. Das sind dann im Jahr 6.456 Euro. Die Minijobberinnen und Minijobber dürfen in Deutschland, damit es weiterhin die Qualität des Minijobs hat, also damit es keine Übersteigerung dieser Grenze gibt, rund 43 Stunden im Monat arbeiten. Dürfen die Minijobber diese Grenze mal überstreiten? Na klar dürfen sie das. Und zwar maximal zweimal im Jahr. Unvorhergesehenermaßen. Und die Minijob-Grenze darf dann zweimal 538 Euro nicht überschreiten. Das sind 1.076 Euro. Würde man das zu den 6.456 dazu addieren, können Sie ja mal ausrechnen, haben Sie dann schon ein bisschen mehr im Portemonnaie. Aber meine Damen und Herren, bitte nicht vergessen, das Überschreiten muss ein ungeplantes, unvorhergesehenes Überschreiten sein. Das heißt also zum Beispiel eine Krankheitsvertretung, weil eine Kollegin oder Kollege unvorhergesehenermaßen krank geworden ist und hier Stunden sozusagen mit abgewickelt werden müssen. Meine Damen und Herren, es kann sein, dass Minijobber Arbeitsverträge anpassen müssen, aber dazu sollten Sie sich dann auch am Jahresende oder am Jahresanfang dann mit Ihren Arbeitgebern hinsetzen und das mal alles prüfen. Also für alle Rentnerinnen und Rentner, Sie wissen, ich bin gerichtlich zugelassen Rentenberater und mein Herz schlägt natürlich auch für die gesetzliche Rente und auch für unsere 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die einen Minijob machen. Das dürften ein paar Millionen sein. Dann gibt es im Januar 2024 eine kleine Lohnerhöhung, weil die Minijob-Grenze, die Geringfügigkeitsgrenze sich auf 538 Euro monatlich erhöht. Minijob ist, wie Sie wissen, in der Regel steuerfrei für Sie. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.